Dieses zum Kauf angebotene Einfamilienhaus befindet sich in Epstein-Niederjosbach. 1974 wurde dieses Objekt erbaut. Das Haus verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 556 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 238 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 449.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal.